Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Containerschiff Atlantic Navigator 2 hält in Rostock fest. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Fracht aus Russland. Umfassende Ermittlungen aufgrund der russischen Fracht. Umfassende Ermittlungen aufgrund der russischen Fracht. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen zu einer kürzlich im Hafen von Hamburg eingetroffenen Fracht aus Russland eingeleitet. Bisher ist unklar, welche Artikel in der Ladung enthalten sind und warum sie ins Visier der Behörden geraten sind. Dieser Vorfall markiert eine Zunahme von Untersuchungen im Zusammenhang mit Importen aus Russland. Der Ursprung der Ermittlungen Die Staatsanwaltschaft begann ihre Ermittlungen, nachdem der Zoll die Fracht am vergangenen Dienstag in Besitz nahm. Laut dem Pressesprecher des Zolls, Martin Vollmer, enthielt die Sendung mögliche Bestandteile, die den in Deutschland geltenden Importbestimmungen widersprechen könnten. Reaktionen Während deutsche Exporteure bei den Ermittlungen eng mit den Behörden zusammenarbeiten, haben die russischen Behörden die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kritisiert. Fyodor Ilyitschew, ein Sprecher des russischen Außenministeriums, sagte, diese Entscheidung wirft ernsthafte Fragen über die Praktiken und Motive der deutschen Behörden auf. Ausblick Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Ermittlungen auf die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen haben werden. Experten warnen jedoch, dass vermehrte Kontrollen den Handel zwischen den beiden Ländern belasten könnten. Insgesamt sind die Ermittlungen noch im Gange und es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen verfügbar sein werden. Bis dahin achten sowohl die deutsche als auch die russische Wirtschaft gespannt auf die endgültigen Ergebnisse. Donnerstag, 4. April 2024 Autor Anita Farke Quellen Martin Vollmer Zoll-Pressesprecher Pressekonferenz vom 1. April 2024 Fyodor Ilyitschew Sprecher des russischen Außenministeriums Erklärung vom 2. April 2024 Wirtschaftsexperten Anonymes Interview 3. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.